Rostbratenzutaten für 3 Portionen 2 1 rote Paprikaschote 21 Zwiebel 260 Gramm 2 3 Rumpsteaks 150 Gramm 8 Salz Pfeffer 12 Esslöffel Pflanzenöl 2 2 türkische Lige Paprikapulver Edels 11 Beutel Fix für Schlämmer Geschnetzeltes Paprika putzen In Streifen Schnibbel schälen Und in Ringe schneid Dünne Streifen schneiden Steaks salzen Pfeffern und im He-4 Jeder Seite eine Minute braten Heer und warm stellen Paprikastreifen Z- und Speckstreifen im Brat Fettdünstpulver da überstreuen und kurz Mit Klammer auf 350 Milliliter kaltes Wasser angießen Ehe Klammer zu Schlämmer Geschnetzeltes ein aufkochen Zugedeckt bei schwachen Nuten garen Fleisch in die Soße passen Bratkartoffeln und Salat